Hey ihr Freunde, ihr Tor hier, was geht ab? Und zwar kam die Frage meiner Mitschüler Wieso seid ihr ein SR Alltag Fan? Cashpoint SR Alltag ist mein Lieblingsverein kann man schon fast so sagen mit dem FC St. Gallen und dem BVB und ja ich kann es euch erzählen wenn euch das nicht interessiert scrollt einfach weiter denn ja ich war glaube ich das erste Mal mit 4 oder 5 im Stadion des Cashpoint SR Alltags und ja ich mag den Verein einfach das liegt daran dass es schon so früh im Stadion war dass mein Götti, also Patenonkel oder wie das auch immer noch heisst auf Hochdeutsch, keine Ahnung ja von dieser Mannschaft Fan ist und deswegen durfte ich halt mal mitkommen ins Stadion und gefiel mir richtig gut ich find es auch eine coole Truppe und ja haut rein und ciao ciao